Und ich glaube, wenn ich mich gerade recht entsinne, dass die Werte Jean auch heute Geburtstag hat. Ja, Absender Jean, wie man Geburtstage feiert. Die Mitglieder des Ritterordens kamen in mein Büro, haben mir meine täglichen Aufgaben abgenommen und mich angewiesen, mich heute auszuruhen. Ich danke allen sehr für die wohlgemeinde Geste, aber Geburtstag ist für mich ein Tag, den ich nicht feiern möchte. Von klein auf habe ich all meine Geburtstage mit meiner Mutter zusammen gefeiert. Für Außenstehende mag das auch eher unkonventionell sein, aber es gab keine Kuchen, keine Spiele, nur ein Ort, an dem wir an dem Tag sein mussten, am Windstieg. Das soll keine Beschwerde sein, denn nachdem ich mich an dieses Ritual gewöhnt hatte, war das herkömmliche Feiern für mich fremd geworden. Gestaltet man die Feiern zu einfach, enttäuscht man die Gäste. Zu extravagant ist auch nicht passend. Sowas bedarf schon einiges an Planung. Ich habe lange darüber nachgedacht, jetzt möchte ich deine Meinung dazu hören. Vielleicht kann ich mit deinem Wissen herausfinden, welche Art von Feier zu mir passt. Was haben wir denn von ihr bekommen? Eine belebende Pizza. Jetzt frage ich mich aber gerade, jetzt müsste ich ihr theoretisch ja auch ein Geschenk machen. Wenn die Leute, die Geburtstag haben, Geschenke verteilen, dann müsste ich das jetzt theoretisch aufhauen. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja gleich irgendwas Schönes für sie. Aber erstmal geht es auf zu Sarah. Oh Gott, ja, redet alle durcheinander. Ja, was fehlt dir denn? Was hast du auf dem Herzen? Können wir dir irgendwie helfen? Auf jeden, wir sind dicke Freunde. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich verstehe schon, du willst den Jägern eine Lektion erteilen. Das wär aber schon mal ein Anfang. Ok, ok. Kannst du dich auch an ihm sagen? Oh! Die Hilfe ist von euch. Lass dich! Wenn wir uns um die Arbeitstürchlichkeit und die Arbeitstürchlichkeit angeht... Hier ist kein Jusus-Stand, kleine Kinder. Hm, das ist ein entschuldig. Ich bin gekommen für Menschen. Menschen? Ach so, das war die Lieblingspartner der Mitgliedsstaaten. Hm, das ist ein wunderschönes Wort. Dann, ob ich jetzt die Verkaufsumme anbieten kann, dass ich Ihnen ein paar Tage verabschiedet habe. Dann, ob ich Ihnen jetzt die Verkaufsumme anbieten kann. Ich glaube, dass ich Ihnen die Verkaufsumme anbieten kann. Ich glaube, dass ich Ihnen die Verkaufsumme anbieten kann. Ja, ich habe alle Gefühle, die die Verkaufsumme anbieten. Vielen Dank. Du hast dich mit zwei Leuten geholfen. Hey, hey. Du hast dich mit dir geholfen, und du hast dein Herz verletzt, oder? Wenn du so sagst, ist das nicht so. Wenn du jetzt jemanden kommst, dann gehst du mit dem Bier. Na ja. Vielleicht gibt es keine Zeit für ihr, aber... Ja, dann schickst du dir jemanden hin. Du kannst nur sagen. Mhm. Dann haken wir bei ihr doch mal nach. Die wird wahrscheinlich da mal wieder untergehen in Arbeit. Ja, da. Einmal querfelde ein hier. Ah, da. Meinst du Diona? Nicht, aber Diona ist im Kühlschrank. Der kleine Prinz ist tot. Es geht um zu Diona zu verbrechen. Es geht um zu Diona zu verbrechen. Es war unbequem. Wenn du nicht die Reise zu verbrechen hast... Das ist auch so nett. Aber wir haben auch andere Arbeit, nicht wahr? Wir sind mit Sarah und Charles, also gehen wir in die Katze. Oh, ihr geht auch in die Katze? Ich weiß nicht! Hm? Sie wollten nicht die Katze suchen? Sie wollten nicht die Katze suchen, oder? Genau. Sie wollten die Katze suchen, und sie wollten die Katze suchen. Jean hat auch so ein großes Herz wie Ganyu und denkt wirklich alles an. Waaah! Willst du die Katze suchen? Was? Ist das egal? Aber Jean ist immer sehr nett. Man hat es wirklich nicht leicht im Leben, wenn man nett ist. So, kannst du dir die Katze erzählen? Jetzt kommt die Katze. Wenn du in die Katze gehst, dann kannst du dir die Katze suchen. O-Oi! Das ist gar nicht möglich. Nein! Ich habe auch das Gefühl, dass sie so eine ist, die nicht Nein sagen kann. Egal, mit was für Bitten die Bewohner zu ihr kommen, sie kann wahrscheinlich einfach nicht Nein sagen. Na, lässt sich das Spiel wieder Zeit. Es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn ich durch diese Tür gehe, sie an ihrem Schreibtisch sitzend vorfinde und gar nicht erst sehen kann, weil da riesige Papierstapel vorher aufgestapelt sind. Oh, ne. Das ist keins von allem. Okay. Jean, was geht ab? Oh, die sieht aber echt fällig aus. Na, das war sicher. Aber wir haben nur den Garten zu erzählen. Du solltest dich vielleicht mal sofort hinlegen, Mädel. Du pennst ja gleich ein. Oh, das ist alles. Das ist alles, oder? Sarah, Charles, Margaret... Ja, es geht ab. Leck knallt der Kopf auf den Tisch. Dann, das ist alles, Jean. Oh, sag ich doch. Jean? Hey, Jean, was ist denn? Jean scheint es nicht gut zu gehen. Der Reisende bringt sie zur Kathedral, um Hilfe zu ersuchen. Jeine scheint es nicht gut zu gehen. Der Reisende bringt sie zur Kathedral, um Hilfe zu ersuchen. Ischöinte eine Erkältung. Zusätzlich zum Arbeitsstress. Ja, wie ein Schleus. Ich glaube, es ist alles gut. Danke für die Jinn. Wenn ihr nicht seid, dann war es sicher wieder zufrieden. Ja, genau. Jinn ist immer nur ein Tag für jeden Tag. Die Arme-Gene. Ja. Heißt das, ich darf jetzt Papierkram machen. Ja, aber ich weiß, dass wir die Seppurus-Gene sind, dass wir uns aussehen können. Wir haben sehr viele Arme-Gene. Ich denke, dass wir uns nicht so viele Arme-Gene haben. Ich bin so, dass wir die Arme-Gene haben. Wir können uns auch einigen sein. Wir müssen uns aussehen, dass wir uns aussehen. Na dann, auf zum Ritterorden. Da hüpfe ich ja mal so hin. Dann machen wir jetzt den Papiersimulator. Oh ja, Kaiya passt als Vertretung eigentlich ganz gut. Oh, omae san gata,待ってたぜ. Jinが倒れたときの話は聞いた. Kishiranを代表して,礼を言わせてくれ. 急にマガオでお礼を言われると、何だか照らしてるなぁ. 俺たちの大事な代理団長の恩人だからなぁ. 俺くら...そうだ、お礼の他にも... お礼。 正確なの。話が早くて助かるぜ。 じゃんの仕事を分担してほしいんだなぁ? Ja, du hast gesagt, dass du dir das Gehen gegründet hast, aber ich habe bereits verletzt, dass du dir das Gehen gegründet hast. Aber ich habe mich nicht so sehr interessiert, dass du dir das Gehen gegründet hast. Wenn du dir das Gehen gegründet hast, dann kannst du dir das Gehen gegründet. Wenn du dein Gehäu-Kist-Geräusch mit dir helfen kannst, kann ich auch sicher sein. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Aber das ist es... Du hast auch das! Ich habe noch mehr wichtiges Aufgaben. Ich habe vieles, was ich bereitgestellt. Das ist nicht so schlimm. Ich habe sicher, Sarah, Charles und Margaret. Es war ein Pferd, oder? Ja, bitte. Wiedersehen, oder? Fangen wir mit Marguerite an. Ich glaube, eine kleine Katze zu finden dürfte am schnellsten gehen. Hallo, Marguerite. Oh, Venti ist auch hier. Hey, Crow. Ach, Venti braucht wieder Hilfe, ja klar. Hä? Aber ich habe gerade gehört, Marguerite zu sprechen. Nein. Ich habe die Spare mit dem Sparen. Das ist eine kleine Katze. Das ist eine kleine Katze. Die Worte von Eltern, die ihre Kinder zu sehr verwöhnen, oh ja. Die Worte von Eltern ist fertig geworden, jetzt brauchst du was Neues. Zum Beispiel, warum hast du die Worte von Eltern gebraucht? Die Worte von Eltern lieben die Worte von Eltern. Wie? Na Korte des Worte von Eltern lieben die Worte von Eltern. Sie werden durch die Worte von Eltern lieben die Worte von Eltern lieben. Das ist das Geist von Eltern. Ah, also die Worte von Worte von Eltern lieben. Okay, das ist ein Einzelnen, die Worte von Eltern lieben. Ich denke, wir müssen uns in den Schwerpunkt beobachten. Ich denke, es gibt noch irgendwelche Erfolge von Kazegenstern. Bitte... Bitte. Littl-Prince ist ein Kro-Nekko. Ich denke, Sie sind in den Schwerpunkt und in den Schwerpunkt. Ach, das stimmt! Diese魚 ist ein großer Lieblingsbeweg. Wenn Sie gehen, dann wird es auch ein wichtiger Punkt. So, dann finden wir mal den Little Prince. Der Elementarblick, sagt er, schon mal Gordex. Ein Einkaufsgebiet? Ist das hier nicht das Einkaufsgebiet? Oder wenn sie Deutsch sprechen, ja. Ah, so Elementarblick, sagt er, echt Gordex. Ah ja, das Attack on Titan Intro, ja. Wie ging das noch? Wir sind das Essen und sie sind die Jäger oder sowas? Ich hab das erst nach der gefühlten zehnten Folge oder so, glaube ich, verstanden, dass das Deutsch sein soll. Ah, da haben wir Lisa. Das ist jetzt aber die andere Quest. Erstmal versuchen wir, den Streuner hier zu finden. Wo könnte er denn sein? Ja, also wenn man ganz genau hingehört hat, dann hat man es ein bisschen raushöhnen können. Aber... Achso, jetzt bin ich zu weit. Bin ich zu weit weggegangen, wahrscheinlich. Ähm, aber man musste schon wirklich ganz genau hinhören. Ja, im Einkaufsdistrikt, das müsste doch hier sein. Und das Wohngebiet, das müsste doch... Das müsste doch da sein, hier bei der Engelsgabe in der Nähe und so weiter. Beziehungsweise generell im unteren Bereich. Oh, ich dachte, ich gucke halt lieber überall. Einkaufsgebiet in der Stadt oder irgendwo im Wohngebiet, ja. Es ist hier nur so unschön ausgeschildert. Also gar nicht. Ah, oh, ich sehe nichts. Wo denn? Ach, da! Hey, bleib hier. Nein, nicht weglaufen. Ah. Wir hätten ihn... Wir hätten ihn direkt mit Fisch bewerfen müssen. Ja, aber fliegen können ist klar im Vorteil, sagst du ja selber. Dann mach, dann mach du bitte. Muss ich jetzt den Fisch irgendwie ausrüsten oder was? Ah, ich kann mich jetzt tatsächlich ducken, okay. Und mit E kann ich dann wahrscheinlich... Ach, da ist er. Ah, warte mal. So. Nein! Nein, 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 nein. Ja, komm her, komm her. Nein! Nein! Ich habe zweimal verfehlt, das gibt es doch nicht. Okay, jetzt weiß ich aber nicht. Ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe. Vielleicht, ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Ha! Hab ich dich. Ich bin in der Nähe. Na guck mal, da hockt er schon. Okay, also Master of Prime, dear. Kamen, deine Steine, bitte. Die Steine, die Kouani-Mundien-Mundien-Mundien-Mundien-Mundien, Die Steine, derишь im Amour, HER survived. Dant der Nähe. Proogal plus süß und jahrel cab�� durch diesen Umgebung zu. Noucal UVR-CH confinement, dass die Tonv trip zu so müssen.